Club Penguin ist ein MMO-Spiel mit Penguinen. Penguine leben auf einer Insel und machen Spaß, einkaufen und gehen auf Abenteuer. Ich mag Club Penguin. Die Spiele sind sehr lustig zu spielen. Sie können auch neue Freunde auf der Webseite angekommen. Club Penguin ist auch sehr sicher, weil nur Kinder es spielen dürfen. Sie werden Münzen, indem sie Spieler spielen. Mit dem Münzen können Sie Gegenstände kaufen. Man kann Kleidung, Mobell und ein Haustier genannt Puffel kaufen. Mein Puffel heißt Fluffy. Club Penguin ist sehr Spaß. Ich spiele Club Penguin jeden Tag. Tschüss.